Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt ja schon den Titel gelesen. Heute kommt mal wieder ein Format, was jetzt eine ziemlich lange Zeit nicht mehr kam, ein paar Monate. Ja, ich hab da wieder ziemlich Bock drauf. Wir schauen uns zusammen eure Montagen an, die ihr mit dem Hashtag ArianMontage hochladen konntet. Ja, falls du eine coole Montage online hast oder noch eine machst, dann mach einfach den Hashtag ArianMontage in einen Titel und vielleicht schauen wir uns dein Video das nächste Mal zusammen an. So, jetzt würde ich sagen, wird aber noch ganz kurz der Gewinner von dem Controller hier ausgelöst, weil gerade am Anfang wurden nur die Gewinner für die Bettpässe ausgelost. Ja, also den Gewinner seht ihr hier rechts eingeblendet. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön auf jeden Fall an jeden, der mitgemacht hat. Ja, wie immer habe ich die Gewinner einfach über so einen Comment-Picker-Generator ausgesucht. Also das ist ganz fair. Es wird einfach random irgendjemand ausgesucht als Gewinner. Also, wir gehen rein. ArianMontage. So, wie viele Videos haben wir mittlerweile? 16.301. Krank. Auf 5.941 Kanälen. Ja, fetzig Dankeschön auf jeden Fall an jenen, der ein Video macht. Ist ja klar, dass ich bei 16.000 Videos nicht jeden anschauen kann. Also nicht wundern, wenn die erste Montage, die ihr hochladet, ich vielleicht nicht sehe. Ich würde sagen, wie immer suche ich mir erstmal eine Montage von oben aus und danach mache ich mir einfach random durch. Wobei es eigentlich scheißegal ist, weil alles sowieso schon random gelistet ist. Äh, Contrial, Arian, bist du beeindruckt? Es kann sogar sein, dass wir jetzt eine Montage des Zweites mal schauen. Es kann sein, dass wir die Montage schon mal gesehen haben. Aber wir schauen einfach mal rein. Keine Copyright-Musik, sehr gut. So. Let's go. Du machst dich los. Mhm. Okay, Controller-Spieler. Die Quali hier ist irgendwie, obwohl ich 1080p eingestellt habe, irgendwie nicht so top. Ah, schon, okay. Aber es sind jetzt halt nur noch Season, keine Ahnung, Season 6 Clips oder so. Weil es ist jetzt halt nicht neu, ne? Ich habe auch schon eingeboxt. Ja, also bin ich beeindruckt. Ne, da gibt es auf jeden Fall deutlich krassere, aber ist auf jeden Fall bis jetzt nicht schlecht. Also für Controller auf jeden Fall gut. Aber er spielt eine ziemlich lowe Sensi, glaube ich. Sieht so aus. Oh, der ist echt ein paar schulden Snipes. Der Kollege hier. Oh, der ist echt ein paar schulden Snipes. Das ist echt ein gutes Beispiel dafür, was für eine Montage hier hochladen sollte. Also einfach gute Clips, nice Mucke, gut zusammengeschnitten. Vielleicht hin und wieder so ein paar passende Effekte reinsteigen, wenn man die Möglichkeiten dazu hat. Aber ja, so ist es auf jeden Fall schon nice. Mhm. Schöner Engelborden. Er ist schon ziemlich gut, sieht man auf jeden Fall, also seine Snipes sind halt top. Man sieht auch hier, er spielt statt Sturmgewehrende Sniper. Ah nein! Arjen, bist du beeindruckt? Bin ich beeindruckt? Ein bisschen vielleicht. War jetzt nicht schlecht. Für 141 Abonnenten, Contrial, checkt ihn auf jeden Fall ab. Macht 1000 voll. Komm, 1000. Machen wir locker. Ja gut, also der erste Direct ist schon mal nicht schlecht. Aber mittlerweile sind wir... Ich hab grad einfach richtig fett gespuckt. Da ist auch einfach richtig fett Spucke auf meinem Tisch. Man muss halt einfach sagen, wir sind halt mittlerweile bei einem ziemlich hohen Anspruchslevel von Montagen angekommen. Also am Anfang, wenn ich die Montage, die ich grad gesehen hab, am Anfang gesehen hätte, wäre ich halt voll geflasht gewesen. Aber ja, jetzt ist halt gut. Aber es gibt halt jetzt mittlerweile 16.000 Montagen und es sind halt so viele krasse Leute dabei. Ihr müsst euch auf jeden Fall schon gute Mühe geben, um mit den anderen mitzuhalten. Das beste Video, das Arjen sehen wird. No Copyright Musik. Okay. Wir haben ein sehr anspruchsloser, anspruchsloser wahrscheinlich anspruchsvoller Titel. Die Bewertung dafür ist echt gut. Also normalerweise, wenn solche Titel kommen, dann ist die Bewertung echt schlecht. Aber okay, ich bin gespannt. Das darf ich jetzt nicht enttäuschen. Konax. Enttäuscht mich das. Okay, epischer Anfang. Tut mir leid, falls die Clips nicht so gut sind, spiele einen Monat auf Maus und Tastatur. Hä? Das beste Video, das Arjen sehen wird? Dann ist es ja nicht das beste Video, was ich sehen werde, wenn du einen Monat auf Maus und Tastatur spielst. Dann gibt es natürlich bessere. Na gut, aber dann schauen wir uns an, wie er nach einem Monat auf Maus und Tastatur spielt. Ja gut, also was man bis jetzt sieht für Maus und Tastatur, nach dem Special. Aber dafür, dass er seit einem Monat spielt, sieht schon echt gut aus. Also ich habe ja schon einmal auf Maus und Tastatur gespielt, habe ich sogar ein Video darüber gemacht. Und das war schon echt schwer. Also ich bin auf Maus und Tastatur echt der absolute Noob. Ich könnte eigentlich mal so einen Teil 2 machen von ich spiele auch auf Maus und Tastatur. Könnte ganz lustig werden. Ja Bro, ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube du weißt selber, das ist nicht das beste Video, was ich sehen werde. Ja, habe ich mehr erwartet, bin ich ehrlich. Aber für einen Monat Maus und Keyboard ist nicht schlecht. Konax. Ja, checkt ihn gerne aus, wenn ihr wollt. Ich sag dir ehrlich, wenn du mich nicht so geklickbaitet hättest, dann hätte ich auch nicht auf das Video geklickt. Naja, ich würde sagen, das nächste Video suche ich einfach mal blind aus. Ich mache meine Augen zu und wir suchen ganz random und nehmen einfach mal das Video hier. Selfmade von 74 Secret. Okay, das Format sieht schon mal nicht so geil aus. Ich hoffe, es ist auch nicht so im Video. Highlights 1. Ah, das ist ja echtes Format. Egal, wir schauen trotzdem mal. Müsst ja nicht die ganzen 2 Minuten schauen. Okay, er hat selber bearbeitet. FPS? Ah, FPS ist schon ein bisschen im Augen weh. Bro, also du musst auf jeden Fall was an deiner Aufnahmequalität ändern. Also einmal das Format ändern. Das Format ist jetzt nicht das schlimmste, aber die FPS. Mindestens 60 FPS sage ich immer. Mindestens mit 60 FPS aufnehmen, dann ist die Quali gut. Aber das ist halt nicht so geil zum Anschauen. Wir schauen noch ein paar Sekunden. Ich sag noch, wie er vom Spielen her ist, aber wir schauen uns jetzt nicht ganz an. Das sind jetzt halt auch keine mega krassen Clips. Schauen wir jetzt auch nicht weiter. Sorry, aber wir sind halt mittlerweile bei einem viel zu hohen Maßstab. Also 74 Secret, 46 Abonnenten, wenn ihr wollt. Checkt ihn ab. Kann ich nicht empfehlen. Spaß auch. Weiß, ich komme jetzt scheiße, aber er ändert deine Aufnahmequalität. Ah, wir schauen an... Arian, schau uns die an. Das schauen wir an. So. Bitte, bitte keine Copyright Musik. Warum? Warum? Egal. Da mache ich hier einfach so ein Chill-Beat drüber. So, ich bin gespannt. Leider ohne Ton. Also macht wirklich, wenn möglich, immer ohne Copyright Musik. Kali ist halt auch wirklich Schöp. Halt auch mit 720p. Ist halt auch wieder nothing special. Leute, ich sag's euch. Ich bin härter geworden. Ich bin strenger geworden. Ihr könnt keine Scheiße mehr hochladen. Ja, ne. Schauen wir nicht weiter. Eine Montage musst du sehen. Okay. No Copyright. Perfekt. Was habe ich denn hier jetzt angemacht? So. Oh, Juice WRLD. Die recht sympathisch. Oh, Juice WRLD. Die recht sympathisch. Ich kann nicht direkt sagen, geile Montage. Allein schon wegen der Musik. Wirst du ihn auf jeden Fall abchecken. Ja, also man sieht Spieler echt gut. Man muss sagen, die Spieler davor. Ich habe gar nicht auf den Spielstil so krass geachtet. Ich achte eigentlich mehr so auf den Schnitt. Einfach, also bei der Montage. Da ist mir jetzt der Spielstil nicht das Allerwichtigste. Es müssen schon ein paar gute Clips sein. Aber es kommt auf das Gesamtpaket natürlich an. Das kann man sich einfach voll geil ergeben. Geile Mucke. Geile Quali. Geil zusammengeschnitten. Gute Clips. Wisst ihr, was ich meine? Das hat halt so das volle Gesamtpaket. Schauen wir weiter. Das war so. Das war schön gespielt. Ich dachte ich muss rülpsen. Aber ich muss doch nicht. Oder warst du? Das war so. Das war so. Das war so. Ja. Das war so. Schöööön! Schöööön! Kollingen kannst du nicht! Der andere Autozone! Ich werde auf die Frau! Ich kann nicht! Und, 100! Der ist komplett gefickten! Komplett gef***t. Warte, ein Clip kommt noch. Geile Montage, dicker. Ich glaube der ist doch gar nicht so unbekannt. Ah ne, dann war es der davor, der nicht so unbekannt war. Ja, 268 Abonnenten. Komm, mach mir locker die 1000 voll. Link in der Beschreibung. Also alle Montagen sind unten in der Beschreibung verlinkt. Wie immer, checkt ihn gerne ab. Oder checkt einfach den ab, den ihr wollt. Wir nehmen... Live bis zum Shop. Wahrscheinlich schaue ich mir so einen Livestream an. 2 Stunden 20. Also da kannst du mir nicht erzählen, dass Arian Montage im Hashtag, äh, im Titel, war nicht nur für die Klicks. Sellout. Copyright. Nope. Ich bin gespannt. Dislike-Verhältnis ist gar nicht mal so gut. 50-50, naja. Davon lassen wir uns nicht beeinflussen. Quali ist geil. Also das ist halt Top-Top-Qualität. Das wirst du jetzt nicht unbedingt haben. Das sind, keine Ahnung wie viel FPS. 120 FPS nimmt der auf. Ja, er spielt auch ein bisschen stretched, aber jetzt auch nicht zu sehr. Also nicht, dass es stört irgendwie. Das ist jetzt stabil. Ich hoffe, da kommen jetzt nicht nur 1v1-Clips. Äh, ja. Komm. Ich hab's gelesen. Ich hab's gelesen. Ich hab's gelesen. Was kam denn da raus? Season 2, Season 3? Ich glaube, das war der Battle Pass mit dem Schwarzen Ritter noch. Voll die Season 2-Vibes. Ah, wie heißt das nochmal? Ich hab's vergessen. Irgendwas mit Blink oder Funkel-Spezialisten? Funkel-Spezialisten. Irgendwie sowas. Ihr wisst gar nicht, wie froh ich bin, dass der Bogen jetzt aus dem Game raus ist in der Season. Es war so abfuckt mit dem Bogen. Die ganze Zeit. Feuerbogen, Flammenbogen, Explosionsbogen. Ich hab's glaube ich nie gesagt, aber die Season war für mich größtenteils einfach nicht gut wegen dem Bogen. Ich hasse den. Äh, okay, warum geh ich raus? Ich hab's schon erschrocken. Chilliges Video. Kann man sich echt gut geben. Für 128 Abonnenten. ImTee. Stark. Checkt ihn ab. Ich hab schlechter das erwartet, weil die Bewertung halt nicht so gut war. Ja, da sieht man mal, die Bewertung hat einfach nichts mit der Qualität vom Video zu tun. So, ich würd' sagen, ein, zwei Montagen geben wir uns noch. Äh, wir nehmen mal... Persian Freestyle. Okay. Also ihr wisst ja, äh... Oder ihr wisst wahrscheinlich nicht. Ich bin halb Iraner, halb Perser. Ja, ist es dann persische Musik oder was? Bitte kein Copyright. Yes. Komm. Okay, wieder ein Keyboard-Spieler. Man sieht direkt krass. Man sieht einfach direkt, die Montage ist krass. Ist einfach so. Man muss fünf Sekunden gesehen haben und man sieht, die Montage ist krass. Oh ja, der ist echt gut. Ich glaub, das könnte der Beste von heute sein. Ich geh mal davon aus, das ist der Beste von heute. Boah. Der ist schon verdammt schnell. Das ist, äh, natürlich mausend Keyboard Vorteile. Aber trotzdem. Verdammt schnell. 1,87. Echt geile Clips! Es gefällt mir von heut zu von den Montagen auf jeden Fall am besten. Sehr geile Clips, ein sehr starker Spieler. Das ist ziemlich low, aber erklärt das. Der Song, ich dachte der ist auf Persisch, der ist einfach auf Englisch. Der sagt nur einmal Persian. Wow. Voll krass bon, also der macht auch ein paar Sachen, die ich auch noch nie gesehen habe. Ich bin echt froh, dass ich sein Video gefunden habe. Ich merke mir auf jeden Fall seinen Namen, weil ich will schon mehr von ihm sehen. Bro, hat mir sehr gefallen. Hab ich sehr enjoyed, deine Montage. Tvike. 624 Abonnenten. Komm, 1-2k machen wir auf jeden Fall voll. Checkt ihn auf jeden Fall ab. Tvike. Aber ich würde sagen, das war es auch schon mit dem Video. War eine echt geile Folge, muss ich sagen heute. Stark Spieler heute auf jeden Fall dabei. Vor allem dieser Tvike hier jetzt der letzte. Ja, wie gesagt, falls ihr im nächsten Video dabei sein wollt, einfach eure Montage mit dem Hashtag Arjen Montage hochladen und vielleicht seid ihr das nächste Mal mit dabei. Ganz wichtig, nicht vergessen, Creator Code, Arjen von einem Itemshop. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.